willkommen leute bei klicks gaming zu unserem neuen projekt rising world mit dem klicks star dem kashi mit den beiden chaoten aus dem ark universum ja werter ist auch mit im hintergrund bett 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 ist eine komische kuh bett er war gerade unsichtbar und bett er ist besoffen bett er war gerade in dem loch ja wir waren in der letzten folge stehen geblieben dass der ofen fertig gemacht wurde und angeheizt wurde sieht es so aus als wenn unsere ware endlich fertig ist das kupfer das wolfram und das eisen eisenbarren und unser schmied der klickster wird sich denke ich mal dieser schönen sachen annehmen muss man immer alles einzeln nehmen ich werde mal gucken was wir für den ollen ambus brauchen reisen ich denke eine sägebank werden wir glaube ich als nächstes brauchen einen ambus dafür brauchen wir 24 eisen barren ich glaube ich werde den gleich nochmal befüllen mit erden werkbank stufe 2 können wir nachher erst machen wir wir haben jetzt 39 eisenbarren ja dann könnten wir eigentlich schon mit ambus machen und zehn kopper und zehn wolfram ich werde mich mal darum kümmern eine sägebank zu kraften das heißt ich brauche 32 holz ja ich habe hier noch hoffenweise steine drin auch die steine für den fußboden habe ich hier drin ja was ist mit dem maul kannst du bitte die klappe halten das war auch schon wieder zu forsch ich mache mal ein paar steine noch für die wände ne ja ich habe da was übersehen 67 so das war's haben wir noch was im inventar haufenweise steine könnte das fundament vergrößern ja könnte ich auch ich werde aber erstmal holz fällen gehen weil ich brauche wieder holz wir müssen so sowieso die eigentlich könnt ihr hier auch eine treppe oder wir lassen das so offen weiß noch nicht vielleicht haben wir uns doch nicht so ein geiles obwohl die wir können ja auch ein bisschen erde weg nehmen nachher alter ich habe da so ein komisches rauschen im ohr ja ja und was das denn ich habe keine ahnung ich hoffe dass es nicht so doll in der aufnahme zu hören ist ob es überhaupt zu hören ist wird sich an dass hier wird hier gleich ein uf holen voll landen mit mir ist alles gut so ich werde mal abgab werden gefunden ich habe auch immer was gefunden eine karotte kartoffel potato genau ich werde mal gucken ob ich hier so in der gegend was interessantes finde hier steht ein baumstoff ja ich stelle die säge bank stelle ich dann gleich in die werkstätte wird ja zur not müssen wir so noch mal nach vorne ziehen noch weiter nach vorne ausziehen falls alle werkbäcke nicht reinpassen aber eigentlich ist ja genug platz drin wir dürften eigentlich die werkbäcke reinpassen kann auch noch das fundament vergrößern aber ich glaube mal wir können das andere ding nicht was ist da aber wir können die anderen dinge hier nicht irgendwie verschieben oder weiß ich nicht weißt du was ich gefunden habe silber da bist du heftig aber nicht besonders viel aber ist egal aber ich habe selber ja das war's schon und ein schwein ich habe eine säge bank hergestellt und diese säge bank kommt jetzt auf diesen slot da oben ist noch kuper und hier seine ziege ich hoffe mal die steht okay so ich habe sie jetzt hier an die rechte wand gesetzt wenn du direkt vom ofen stehst an der rechten wand ja wie setze ich das so stimmt war ja mit rechts klick also hier ist ziemlich viel jetzt noch sie steht wir können hier bauelemente machen wir können die rohstoffe machen wir können hier sitze tische schränke schränke verschiedenes dekorationen die können sogar ein klavier machen alter ok dekoration türen betten badezimmer geländer kisten absperrungen schilder gerüste ja soll ich heute mitbringen ja das war jetzt alles so bei unter dem haben wir auch hier unter bauelemente können wir jetzt auch fenster rahmen und glasscheiben machen genau glas heute stammen holzbalken holzplanken können unter rohstoffe das ganz normale menü was wir sonst auch im crafting menü haben da können unter sitze können wir einen stuhl einen sessel eine couch einen gartenstuhl eine bank bürostuhl ein thron einen thron aus stein und einen strandkorb machen ok ich habe gerade ich glaube die dinger sind tot hier im wasser waren schwein und ziege aber ich glaube mit der spitzhacke oder mit axt kann ich dir nicht aufnehmen das einzige was ich machen kann ist körper verstecken aber dann sind sie weg aber ich habe nichts damit aufnehmen oder nicht mit f nee dann komme ich ins moment war nicht inventar ja du musst ins inventar von den tischern und da ist das zeug drin das hast du mir aber früh ja habe ich doch gerade gesagt ja aber das das schwein ist jetzt los alter wir können hier eine komplette wohnung einrichten mit den ganzen scheiß hier ist doch gut regal modernes regal und improvisiertes regal sind unter schränke vorhanden schon irgendwelche pläne klavier einen markt stand einen grill einen smoker grillrost rettungsring können wir auch grafen und ein gramophon dann haben wir hier eine vase unter dekorationen eine decke im ventilator einen weihnachtsbaum ein geschenk eine gardine zwei mal zwei eine jalousie zwei mal zwei einen großen blumentopf ein großer blumentopf aus stein auch noch mal blumentöpfe 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 jagdtrophäe wir haben zu tun wetterhahn ein steinstatue ein bärenfellteppich das heißt wir müssen auch noch gegen bären kämpfen wir können eine alte tür aus holz machen eine einzeltür aus holz eine andere einzeltür aus holz eine moderne tür eine moderne tür einzeltür aus metall dann eine gittertür eine alte holzabdeckung können wir auch machen ein kanaldeckel können wir auch machen eine zugbrücke können wir bauen ich glaube wir bauen uns wirklich noch tief in die erde hinein eine zugbrücke mit mit gleich der mechanik dran und so okay eine saloon tür können wir auch machen betten wir haben ein einzelbett wir haben noch ein einzelbett wir haben ein einzelbett aus metall wir haben ein doppelstockbett geil und wir haben schwebende felsen ich glaube wir schlafen im doppelstockbett klar ich schlafe oben badezimmer haben wir eine toilette toilettenpapier ein waschbecken eine heizung und noch eine heizung dann leitern ja die kennen wir ja schon geländer haben wir haufenweise zeugs aus metall und handlauf schräg handlauf gerade geländer schräg geländerecke geländer gerade und so eine scheiß alles lüftungsabdeckung können wir auch machen haben wir noch viel vor mhm und ich bin noch nicht mal durch in diesem ähm naja kisten bei kisten wollte ich gucken eine holztruhe eine metalltruhe ein holzfass eine holzkiste eine holzkiste klein achso holzkiste klein mittel und groß bau gleich eine große äh dafür fehlt mir fehlt mir noch holz ok ich bring was mit ja ja denn fehl ja ich werd dann mal einfach gucken dass ich hier soll ich die hintere wand mach ich zu ne ja ich hoffe ich verlaufe mich nicht ok siehst du nicht das feuer aus der ferne nein nicht mehr ich würde mal lieber weit weg ja ich würde mal lieber zurück gehen ich glaub von ja genau so fängt es an ich glaub von da bin ich gekommen ich glaub von da bin ich gekommen deinem orientierungssinn in spielen aber hey haben wir vielleicht auf m nein haben wir keine karte auf n wir haben überhaupt ne karte weiß ich nicht ach irgendwann find ich dich schon irgendwann kommt er mit dem längsten bad der welt und zerlumpen klamotten und keine ahnung was kommt er hier wieder an hm warum ist denn das warum fehlt denn hier fundament wo fehlt fundament das ja hier wo ich ich hab die eigene wand habe ich jetzt vervollständigt aber hier fehlt fundament er kriegst da keine ahnung vielleicht hab ich da was gesetzt und dann aufgehört ja da fehlen zwei fundamente ja ich selbst dann nachher welche hin ich ziehe jetzt schon mal die andere wand wo noch keine war ja konnte man das nicht irgendwie ziehen alles klar ich glaub ich hab's gefunden alles klar ich bin echt komplett in die falsche richtung gelaufen okay bin ich von da gekommen ja geh mal weiter ja vielleicht einmal um den kompletten planeten gelaufen ich kann hier oben keinen stein mehr draufsetzen das doofe war ich hab's nicht gezogen ich hab die dinge einzig gesetzt hm das heißt ja ich hab auch keine steine mehr deswegen funktioniert das nicht ähm da und da dann kann ich ja doch noch das dann kann ich das fundament auch alleine setzen so ich bring noch schön Gemüse mit ja ich geh wieder in meine Höhle und Obst ich sammle noch Steine mhm hast du eigentlich auf die Zeit geachtet? hm nein ja willkommen im Club dann machen wir das halt so Pi mal Daumen vom Gefühl heraus ja wieder mal Pi mal Daumen ich glaub so ungefähr 10 Minuten kommt das hin oh ich weiß nicht machen wir eine Viertelstunde draus und dann passt das ich würde sagen machen wir noch 10 Minuten und dann mal ne 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 er könnte ruhig ein bisschen schneller zuschlagen kannst du das in wirklichkeit auch klar du nicht mein inventar ist voll das ist das was ich dir gesagt habe ich komme zurück aber die blume kann er mitnehmen wenn ich die blume kann er mitnehmen aber die wasserbelungen ich bin da genau so wo fehlen hier zwei fundamente die habe ich schon ersetzt okay so mal gucken schrank regal kisten truhe eine alte truhe holz 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 ich hab doch hä hab ich mir nicht eben trotz gemacht ich weiß es nicht eigentlich ja schon ich stand nicht daneben ich habe keinen platz mehr im inventar okay so kann man die melone stecken kann ich die melone wenigstens essen ich habe die melone in stücke geschnitten 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 erstmal ich glaube ich habe genug steine erstmal wieder gesammelt ich habe die melone in stücke geschnitten ich habe die melone in stücke geschnitten ich habe die melone in stücke geschnitten ich habe mal gleich drei kisten gemacht ich kann das ding nicht an grillspieß oder so ich kann bacon da nicht ranhängen aber bacon deswegen hängt man ja auch eigentlich nicht auf dem grillspieß oder so ne eigentlich nicht deswegen ja kann man aber machen ja kann man aber machen aber in dem spiel hier anscheinend nicht dann esse ich rohen bacon ne aber es bringt mir irgendwie nix ich brauche was zu trinken ja ich auch weißt was da hilft ne tomaten obst also kartoffeln schon mal nicht ist mir gerade aufgefallen ok aber moment ich habe ja das beste überhaupt wasser melone so ich habe wieder genügend blöcke für die wände ja kann ich den auch klein schneiden da wollte ich eigentlich noch werkbänke rankloppen da wo du die truhen hingesetzt hast weiß ich gar nichts was soll ich denn mit dem kürbis machen kannst du gar nichts mehr machen doch den kannst du essen den ist dann vielleicht nicht weil er satt ist weiß ich nicht warum zieht er die scheiße nicht hoch genau oder wie muss man das drehen die maus left gedrückt haben um mehrere blöcke in einer reihe zu platzieren so muss ich jetzt nochmal mit dem mausrad kannst du zwischen eins und zwei und drei hin und her eiern ne habe ich schon gemerkt so so jetzt hier jetzt macht das war es schon ähm was ist denn da ist das etwa kein ehes nein das ist dreck brauchst du hier platz für ein fenster ja lass mal platz und auf der anderen seite auch ein fenster oder ja da drüben bei der werkbank ja gut dann soll ich hier ein block freilassen oder zwei lieber übereinander machen ich mach lieber zwei übereinander und dann kommt der fensterrahmen ja passt so jetzt muss ich ich glaube ich kriege schaden dadurch dass ich dass du was dass ich verdurst am verdursten bin ok so jetzt muss ich drei dinge hoch aber ich kann hier gar nicht hoch gehen aber ich kann hier gar nicht hoch gehen wenn wir eine treppe bauen sollen ich habe da noch die fundamente fünf stück blume ich glaube aus den blumen können wir uns farbe machen oder ich weiß es nicht ich denke mir schon so so jetzt müsste es glaube ich eine höhe sein so ja meinetwegen gut mach ich mal hier dasselbe hier drüben was was haben wir denn noch vieles wow wolltest du nicht ein was ein anbruch bauen ne ich hab gedacht du brauchst den weil du auch das eisen hattest ok ok macht er wie hoch muss ich ihn hier eigentlich ähm ne achso ist klar ne müssen wir ja an die normale werkbank ne hä an der normalen werkbank ne was ne ne na den am boss ähm ja an der normalen werkbank ich weiß nicht ob du ihn hier ne hier auf der säge dekstums kannst du ihn glaube ich nicht machen wieso kann man sich denn eine spitzhacke machen oder gehen die irgendwann kaputt keine ahnung ne sichel achja sichelblatt aber ja was ne sense sensenblatt werkwinkel am boss erstell haben wir ja alles ok ziegel so jetzt müsste das gleich sein das guckloch auf beiden seiten mhm so was mach ich jetzt mit den restlichen steinen in ne kiste packen ähm ich glaube ich werde den eingang noch ein bisschen verkleinern und die wand noch ein kleines stück hier rüber ziehen äh hast du den eingang verkleinern ja dass die front nicht mehr so groß ist ne ja aber warte mal und ne die fundamente abgerissen die ich als treppe gebaut habe achso äh wo schmeiße ich den anbus jetzt hin äh ja deshalb wollte ich ja hier ey was ist denn das hast du hier ein Loch gebuttert ja hab ich doch gesagt vorhin oooohh sage mal kannst du dich wieder auffüllen könnte ich sooo da kommt noch ein fundament hin ich stelle den jetzt einfach erstmal kann ich den nicht irgendwie drehen nein aber fallen lassen eisenplatte körperplatte hoffenweise platten und stäbe jetzt sieht es nämlich so aus als wenn die werkbank da gewollt hin sollte durch die eine wand noch ah ja ich kann ja wie weit soll ich willst du den eingang in der mitte machen oder mit tür und so ist mir eigentlich egal aber hier so den eingang eigentlich du kannst ja auch eigentlich komplett offen lassen kann ich auch machen dann mache ich es warte mal ist ja bloß eine schmiede ja warte mal dann mache ich es anders dann mache ich hier noch so ein so ne genau ja naja du weißt schon mhm ja ja dann muss eigentlich nur noch ein dachruf ich schmieds und dann rechts klick ach so kopf wolfram so so ich glaube der die untere platte vom ofen wird voll mit wolfram das war ich glaube ich oder ich habe nichts gemacht wollte eigentlich nur nach vorne gehen aber nicht schlimm ich habe die letzten dinge jetzt noch voll ich ja ich werde mal gucken ob ich noch irgendwo eisen finde so ist alles voll jetzt ach so du kannst mal hier reingucken in die mittlere kiste kann ich hier das restliche kupfer reinschmeißen eh längst ganz längst dann schmeiße ich das da rein habe ich ihn hier das ist erde ja da habe ich auch hier drinnen ganz recht dann werde ich mal probieren ob ich dieses scheiß loch hier auffüllen kann weil das direkt vor dem eingang ist aber ich glaube eher weniger yeah ich habe es aufgefüllt wuhu jetzt kann man hier wieder vernünftig lang laufen ich pflanze mal ein paar bäume ähm hier so in der nähe auf der kuh ne geht so so ich brauche was zu essen ist in der kiste alles da dann schnappe ich mir ein paar tomaten ach ne melonen sind glaube ich besser ne wegen wasser ja ja gut ich habe mir mal drei geklaut hm ich habe gerade einen grünen daumen ok äh jetzt geht es mir wieder gut vier äpfeln drei melonen mir geht es wieder gut volle lebensenergie ja jetzt müssen wir wohl so einen platz für die anderen beiden werkbänke finden ne ja wir müssen noch ausbauen würde ich mal sagen so ja und dann müssen wir noch mal anbauen würde ich sagen ja meine ich doch jetzt wächst ein wohnhaus daneben oder so jetzt wächst ein schlafzimmer küche klo wohnstube terrasse mit grill sozusagen ja irgendwann leute ihr hört schon wir haben viel vor ja und äh wie war das mit ja noch 10 minuten es sind schon 18 minuten also erstmal folge wenden und dann ja ne dann würde ich sagen ja vielen dank fürs zusehen und ja bis zum nächsten mal oder besser gesagt bis gleich bis zur nächsten folge haut rein ja ja